Das ist die ursächliche Arbeit von Journalisten als vierte Macht, als vierte Instanz im Staate. Sollten Sie den mächtigen Politikern und auch den mächtigen in der Wirtschaft auf die Finger schauen? Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar heute im letzten Teil unserer 24-teiligen Serie Die kleinen schmutzigen Tricks der Journalisten geht es um investigativen Journalismus. Ja, und zwar aus einem guten Grund. Es ist auf der einen Seite über Jahrzehnte die Königsdisziplin unter den Journalisten gewesen. Mittlerweile ist es degeneriert zu einem Spielkasten, in dem sehr gerne und sehr viel mit Dreck geschmissen wird. Und es ist der schnellste Weg, sehr viel Aufsehen zu erregen. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr alles über unsere Methoden, um Schlagzeilen zu generieren, sie mit Texten zu füllen und euch eine Realität zu präsentieren, die sehr viele von euch ungefiltert schlucken. Ja, und dazu gehört auch der investigative Journalismus. Kennt ihr alle. Watergate. Das war die Mutter aller investigativen journalistischen Arbeiten. Damals ging es um Richard Nixon in den Vereinigten Staaten und den Fall des US-Präsidenten, der von Journalisten in die Knie gezwungen wurde, die Nachforschung angestellt haben und seine unlauteren Methoden hier aufgedeckt haben. Das ist aller Ehren wert. Das ist die ursächliche Arbeit von Journalisten. Als vierte Macht, als vierte Instanz im Staate sollten sie den mächtigen Politikern und auch den Mächtigen in der Wirtschaft auf die Finger schauen und auch kundtun, was sie dabei so finden. Nun hat sich seitdem viel getan. Bei uns war es dann so, in den beginnenden 80er Jahren gab es einen legendären Fall. Günter Wallraff war unser Vorzeuge investigativer Journalist. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, Zeuge der Anklage. All das hat sich abgespielt. Er hat sich in die Redaktion der Bild-Zeitung geschlichen und hat sozusagen seinen Kollegen auf die Finger geschaut. Das muss man aber in den Kontext setzen, dass auch schon in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die Bild-Zeitung im linken Lager verachtet und in Verruf geraten ist, weil sie wertkonservativer waren und weil sie sich gegen die APO gestellt haben und man auch unterstellt hat, dass an dem Tod von dem einen oder anderen linken Terroristen die Bild-Zeitung mit Schuld war. Deswegen kommt noch eins dazu. Die Bild-Zeitung hat seit damals, seit den wilden 68er Zeiten im linken Lager einen extrem schlechten Ruf und dem hat dann Günter Wallraff sozusagen mit seinen zwei Büchern die Kirche aufgesetzt, die Krone aufgesetzt. Und ja, die Bücher sind lesenswert, zweifelsohne. Aber sie wurden damals auch in der Schule als Beispiel genommen immer entgegengesetzt der guten Arbeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dann die schlechte Arbeit, das menschenverachtende in der Bild-Zeitung. Auch da muss man aufpassen, dass man hier nicht mit zweierlei Maß misst. Und es gibt sehr wohl auch auf beiden Seiten faule Nüsse beim Spiegel. Ich sage nur Klaas Relotius, der auch im Ruf stand, ein extrem guter Journalist zu sein, der Preise eingeheimst hat und dann hat man festgestellt, dass er seine Geschichten alle erfunden hat. Das zieht sich wie ein roter Faden bis zu den Hitler-Tagebüchern beim Stern. Das hat jetzt mit investigativ weniger zu tun, aber mit journalistischer Arbeit. Und wenn man sich dann heute fragt, wer so investigativ ist, dann wird es in Deutschland dünn. Weil sehr vieles steht da derzeit in akut schlechtem Licht. Was ich damit meine? Nun, wir dürfen uns ja über eine Sache mal Gedanken machen. Das Flaggschiff im öffentlich-rechtlichen Bereich, wenn es um investigativen Journalismus geht, ist eine Satiresendung. Das heißt, wenn bei uns Satiriker an den Start gehen, um pseudo-investigativ zu arbeiten, und ich meine damit ZDF, das Magazin Royal, ungeachtete Tatsache, dass die hier eine sehr große Mindpower haben, um nach Dreck zu suchen, mit dem sie dann werfen können, ist es eine ganz ungute Mischung. Denn investigativer Journalismus sollte ernst genommen werden. Das ist seriöses Business. Da sollten ausgebildete Journalisten, sollten ohne Polemik, ohne Emotionen, auf der Basis der Information sachlich agieren. Wenn ich mir dann Jan Böhmermann angucke, der als Paradehengst durch die Manege stolpert, im Sinne von, ich bin Satiriker und ich suche mir das mal aus. Mal bin ich investigativer Journalist, dann bin ich Satiriker und ich suche mir immer die Beispiele aus, wo es dann gerade passt. Denn er ist auch derjenige, wenn es mal Anfeindungen gibt, dass es heißt, ihr habt da unsauber gearbeitet oder das, oder das könnt ihr so nicht machen. Ja, es ist ja Satire. Weil Satire darf ja alles. Satire ist über die Meinungsfreiheit gedeckt. Und das ist dann das Problem bei der ganzen Sache. Auf der einen Seite diskreditiert er Menschen, greift Menschen in Persona an, schädigt ihren Ruf. Ich verlinke euch mal hier unsere Beiträge zu dem Thema Kooperation Nancy Faeser und ihrem Kettenhund Jan Böhmermann, als es darum ging, einen unbeliebten Mitarbeiter aus den Reihen des Innenministeriums zu entfernen, Stichwort Schönwurm. Da hat Jan Böhmermann sauber und sauber gearbeitet. Konsequent an der Sache vorbei. Und hat nachher gesagt, es war ja Satire. In diesem Zusammenhang ist es wahnsinnig gefährlich, sich immer das Mäntelchen anzuziehen, was einem gerade den Hintern rettet. Und von diesen pseudo-investigativen Methoden und Machenschaften gibt es im Öffentlich-Rechtlichen noch mehr. So zum Beispiel in der Krabbelstube von ARD und ZDF, das sind die ganzen Jugendkanäle auf YouTube. Das ist Funk. Funk hat hier nicht nur ein oder zwei, nein, die haben über 80 Kanäle und davon sind nicht wenige investigativ unterwegs. Und in einer ganz, ganz gefährlichen Mischung investigativ, weil da wird zum Beispiel investigativer Journalismus mit New Journalism gemischt, gemixt. Und das Ergebnis wird dann als Wahrheit verkauft. Jetzt erkläre ich euch nochmal beide Bereiche. Investigativer Journalismus bedeutet, ich gehe systematisch und strukturiert einer Situation auf den Grund, wo ich vermute, dass es Ungenauigkeiten gibt, dass es hier ein Problem gibt, das ich aufdecken möchte. Teilweise gehe ich undercover, aber es geht darum, ergebnisoffen Nachforschungen anzustellen und zu recherchieren. New Journalism bedeutet da hingegen, ich bin Bestandteil der Geschichte. Ich bringe mich da wahnsinnig ein. Es wird unglaublich emotional und die Wahrheit rückt ins zweite Glied, denn es geht darum, dass ich meine vorgefertigte Meinung systematisch mit Beweisen unterfüttere. Und das ist gefährlich, weil damit ist das Ergebnis schon vorweggenommen. Das heißt, ich recherchiere nicht ergebnisoffen, es geht mir gar nicht darum, auch zu erkennen, oh, hier ist alles sauber, wir haben keine Story, wir dampfen das Ganze ein, nein. Was nicht passt, das wird passend gemacht. Frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, geht man hin, främt die Geschichte und knetet sie so lange, bis man eine Story hat, die diesem investigativen Anspruch gerecht wird. Man hat etwas aufgedeckt, auch wenn es nichts aufzudecken gab. Man stellt Leute an den Pranger, weil damit macht man Quote und Klicks. Und dieses mit Dreck werfen wird da also schon in der Krabbelstube von jungen Journalisten gelernt. Und dann ist das große Problem, dass solche Leute sich dann sehr oft dann wiederfinden in Redaktionen wie der linkssozialisierten Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau und Ähnlichem und da genauso weitermachen. Und sehr schnell entsteht dann der Eindruck, dass es mit diesen investigativen Journalisten und unseren Kollegen, die investigativ tätig sind, nicht weit her ist. Denn sie machen sich das Leben denkbar einfach. Denn oft ist es ja so, wenn ich jemanden an den Pranger stelle und das Ganze dann mit Zitaten unterfütter, reicht es ja aus. Ich habe eine Annahme, ich habe eine Mutmaßung. Und die Richtigstellung liest nachher keiner, falls ich dazu gezwungen werden sollte. Also dieses mit Dreck werfen ist noch lange kein investigativer Journalismus. Und das haben wir dieses Jahr im großen Stil erlebt bei Till Lindemann, der hier von der Journalie, gerade aus dem öffentlich-rechtlichen Lager und einiger linkssozialisierter Großmedien angegriffen wurde. Und es war ein Sturm im Wasserglas. Es blieb nichts haften. Es blieb nichts haften, was rechtlich relevant war an Till Lindemann. Was aber haften blieb, waren die ganzen Anschuldigungen, die auch jetzt noch ein halbes Jahr, nachdem erwiesen ist, dass es rechtlich keine Relevanz gibt, immer einen Absatz füllen. Denn wenn über diesen Musiker zum Teil berichtet wird, heißt es immer noch, dass es der, der angeklagt war, wegen. Nein, er war nicht angeklagt. Es gab Untersuchungen dagegen. Aber man lässt nicht locker. Man nimmt diesen Textbaustein immer und immer und immer wieder. Und das hat nichts mit investigativen Journalismus zu tun. Das ist einfach nur schlechter Journalismus. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ciao von now, euer Chris. Bis zum nächsten Mal.